Ausweis. Aha. Na ja, Moment, Moment. Wo hab ich nur mein Geld? Jetzt hab ich... Wir können einfach reinlegen hier! Hilfe! Jutz, kein Problem. Hilfe! Hände auf den Rücken! Ivan, Hände auf den Rücken! Herr Jansen, geht's Ihnen gut? Na ja, es geht mir gut, aber ich war sehr aufregend, bitte. Ich brauch jetzt unbedingt eine Tasteteen.